Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Über die letzten Tage gab es nicht wirklich viel über Apex zu berichten. Ich habe jetzt über die letzten Tage ein bisschen was zusammengesammelt, um ein Video darüber zu machen. Und zwar das allererste. Es soll wohl bald so eine Art Tanz-Emots geben, wie man es aus Fortnite kennt. Allerdings kann ich mir jetzt noch nicht so ganz vorstellen, wie das aussehen soll, weil es ein First-Person-Shooter ist. Das einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, ich glaube, wie bei Destiny das machbar war, wenn du in-game warst, kannst du dann irgendwas aktivieren. Du könntest dich hinsetzen oder irgendwie auch rumtanzen, dass die Kamera aus der Ego-Shooter-Perspektive zurückfährt in die Third-Person-Perspektive und dann springt er dann so rum. Ist eine Sache, die muss ich jetzt nicht unbedingt haben, weil ich nach wie vor noch der Meinung bin, Respawn, bevor er irgendwas Neues ins Spiel bringt, was der Menschheit nicht zwingend braucht, stabilisiert erstmal das Spiel. Natürlich wäre das eine kleine Neuerung, die nicht schlecht wäre, was ich mir auch vorstellen könnte, dass das eine Champions-Squad-Animation vielleicht ist. Wenn ihr gerade das Spiel gewonnen habt, gibt es ja die Animation, da stehen alle drei nebeneinander und dann kommt die Statistik, dass in dieser Animation vielleicht die Charaktere irgendwie so rumzappeln. Keine Ahnung. Mal gucken, was da kommt. Wir werden es sehen. Als nächstes steht schon wieder ein neues Event vor der Tür. Am 31. März soll ein Teaser-Trailer zum kommenden Bloodhound Town-Takeover-Event kommen. Ist eine feste Änderung wieder auf der Map. Wer mit dem Town-Takeover-Event-Begriff nichts anfangen kann, wie der Octane Ring of Fire aus Season 1 oder das Labor von Wraith in Season 2 aktuell. Nicht aktuell Season 3, sondern World's Edge aktuell. Das Raumschiff von Mirage, das Mirage Voyage-Schiff. Also quasi eine feste Änderung auf der Map mit einer Legende im Mittelpunkt. Diesmal halt Bloodhound. Meine Kreativität reicht gerade überhaupt nicht so weit, mir vorstellen zu können, was da kommen könnte. Denn der Bloodhound ist eine relativ mystische Legende mit seinem Scannen und seiner ultimativen Fähigkeit, Gegner von der Ferne zu spotten, wo dann alles so schön schwarz-weiß wird. Vielleicht ist das hier so eine Art Spot, wo man wie, keine Ahnung, durch so eine unsichtbare Wand läuft und ringsherum kann man die Gegner dann spotten. Keine Ahnung, irgend sowas könnte ich mir vorstellen. Lasst euch von mir aus hier gerne kreativ in den Kommentaren aus, was ihr euch vorstellen könntet, was der Bloodhound an einer Map-Änderung mit sich bringen könnte. Was abzuwarten bleibt, es ist nicht bekannt, auf welcher Map. Ich gehe leider von World's Edge aus, denn nach wie vor steht nicht fest, ob wir zu Split 2 am 24. März endlich eine feste Kings Canyon-Playliste bekommen. Es scheint immer noch so zu sein, dass wir Kings Canyon erst mal vorerst nur im Rank spielen können. Vielleicht werden wir ja überrascht, denn am 24. März läutet quasi der Split 2 die Hälfte von Season 4 ein. Und vielleicht könnte man das ja so sehen wie einen neuen Start einer Season, dass irgendwas Fettes, Großes kommt, vielleicht mit der neuen Legende eine neue Waffe, keine Ahnung. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Und da bleibt die Hoffnung, dass dann vielleicht doch eine feste Kings Canyon-Playliste außerhalb des Rank-Modus kommt. Das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil finden. Was haben wir noch? Dann kann es sein, dass vor Split 2 am 24. März, drei Tage vorher, es nochmal ein kleines dreitägiges Kings Canyon-Event kommen könnte. Was da inhaltlich drin sein soll, kann ich leider natürlich auch nicht sagen. Das ist jetzt alles das, was ich nur gehört habe. Und ihr kennt ja diese schönen Editionen hier von Lifeline und von Bloodhound gibt es jetzt auch von Octane. Aktuell immer noch nicht in der CD-Version, immer noch nur runterzuladen. Und das Gerücht geht jetzt mittlerweile um, dass die nächste Legende wohl Pathfinder sein soll, die so eine Version bekommen könnte. Finde ich sehr, sehr interessant. Natürlich auch da nicht bekannt, was inhaltlich da dazukommen könnte. Das soll es inhaltlich schon wieder gewesen sein. Natürlich möchte ich wie immer betonen, dass das Leaks sind, die so kommen können, nicht müssen. Ich bin aber fest überzeugt, dass genau das passieren wird. Lasst mich in den Kommentaren natürlich gerne wissen, was ihr von den zukünftigen eventuellen Änderungen haltet. Was ihr euch vielleicht von Split 2 erwartet, würde mich sehr interessieren. Bleibt mir nur noch zu sagen, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Lasst wie immer dem Video einen Daumen nach oben da unten. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, wie zum Beispiel Informationsvideos, Livestreams. Wer tagesaktuell das Video schaut, morgen zum Sonntag gibt es einen neuen Livestream. Aktuell bin ich mir aber noch nicht so sicher, wird es wieder Apex Legends auf Kings Canyon im aktuellen Event. Oder zocke ich doch nochmal Warzone Call of Duty, das neue Battle Royale, weil ich finde es wirklich sehr, sehr geil. Bin ich ein bisschen hin und her gerissen, weil Apex mir aktuell trotzdem noch mehr Spaß macht. Ich finde Warzone ist eher so ein Spiel, da brauchst du feste Mails, mit denen du kommunizieren kannst. Darum geht es jetzt aber nicht. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.